Herzlich willkommen zurück im Skisprung-Weltcup. Du warst ja nie wirklich weg. Was hast du getan in letzter Zeit? Ja gut, ich habe mich um den Nachwuchs gekümmert bei mir zu Hause in Kärnten. Das hat sehr viel Spaß gemacht und ich war schon Trainer des ÖSV im Stützpunkt in Kärnten zu Hause und deswegen war ich sowieso involviert. Du hast auch mit Thomas Morgenstern ganz viel gemacht. Ja genau und auch mit den Kombinierern. Deswegen habe ich eine sehr große Breite gehabt und jetzt fokussiere ich mich wieder auf die besten Athleten in Österreich und bis jetzt macht es sehr viel Spaß und ich denke, das wird ja so weitergehen. Du hast gesagt, die besten Athleten in Österreich, das sind auch gleichzeitig die besten Athleten der Welt. Das Team ist seit zehn Jahren fast ungeschlagen, extrem hohes Niveau. Da kommt auch ein Haufen Druck mit im Paket. Ja, ich sehe das so. Wir können mit den weltbesten Athleten arbeiten und das ist auch das ganz große Ziel, was wir haben, damit wir alle gemeinsam am selben Strang ziehen und wenn sich die weltbesten Athleten gemeinsam entwickeln, dann kann man uns sicher sein, dass wir die nächsten Jahre auch wieder den notwendigen Erfolg, der was die letzten Jahre auch da war, fortführen können. Ihr seid jetzt geschlossen hier als Mannschaft nach Wissler gekommen. Das war in den vergangenen Jahren nicht so im Sommer. Ist das schon ein erstes Zeichen, dass du von der Trainingssystematik etwas ändern möchtest? Ja, das haben wir schon geändert. Wir haben ganz klar fokussiert, gewisse Wettkämpfe im Sommer mitzumachen. Das brauchen wir für die Entwicklung. Wir können da immer wieder überprüfen, auf welchen Stand wir sind. Und das wird immer Wettkampftraining, Wettkampftraining sein. Und so wollen wir uns bis zum Winter wieder in Topform entwickeln. Super. Heinz, herzlichen Dank. Ich muss jetzt noch eine andere Frage stellen. Ich habe gestern so in einem Nebensatz was gehört, da ging es um den Andi Kofler und um den Thomas Morgenstern, dass wir die möglicherweise nicht mehr beim Skifliegen sehen werden. Ist da was im Busche oder was ist da los? Nein, man muss grundsätzlich einmal sagen, für uns ist es einmal ganz wichtig, dass die zwei Athleten wieder zurückkommen, damit sie überhaupt Wettkämpfe bestreiten, vor allem der Thomas. Sie kriegen die Ruhe, sich dazu entwickeln. Und man wird es sehen. Und ich bin mir sicher, wenn sie selber davon überzeugt sind, dass sie ein gutes System haben, damit sie wieder richtig Wettkämpfen können, dass wir beide sehen werden im World Cup zurück. Ich danke dir immer, Heinz. Und viel Erfolg jetzt hier in Wissler. Alles Gute. Dankeschön. Ja, danke. Halt uns die Daumen.